Die Amigos. Karl-Heinz Ulrich weint um die Liebe seines Lebens. Der Amigo-Sänger Karl-Heinz Ulrich trauert um seine geliebte Ehefrau. Wie es ihm jetzt geht. Der Schmerz ist unerträglich. Er zerreißt sein Herz in viele kleine Stücke. Amigo, Karl-Heinz Ulrich, 75, trauert um die Liebe seines Lebens. Ehefrau Doris ist mit 71 Jahren an Leberversagen nach einer Krebserkrankung gestorben. 46 Jahre lang waren die beiden unzertrennlich. Damals haben sie sich vor gottewige Liebe geschworen, und bis zum Schluss fest zusammengehalten. Karl-Heinz Ulrich musste seine Doris gehen lassen. Doris war immer an seiner Seite, bei jedem Konzert, jeden Tag. Nie wollten sie ohne einander sein. Dann schlug das Schicksal hart zu. Im November 2021 ertastehte Doris einen Knoten in der Brust. Dann die Schockdiagnose. Krebs. Es folgten Bestrahlungen, Hormontherapie, Lymphknotenentfernung und Chemotherapie in Tablettenform. Karl-Heinz war immer an ihrer Seite, kämpfte mit seiner geliebten Frau. Sie hat alles gemacht und nie gejammert. Zum Glück war sie schmerzfrei. Die Haare fielen aus, die Nägel brachen. Doch sie war überzeugt. Das wird wieder. Da gehe ich durch. So der Sänger laut dem Magazinbild. Aber es kam leider anders. Auf einmal waren die Metastasen überall. Sie hatten sich zu schnell und zu aggressiv verbreitet, sagt Karl-Heinz. Er musste seine Frau gehen lassen. Wie es weitergeht, weiß er selbst noch nicht. Eines der schönsten Lieder der Amigos lässt vermuten, dass Karl-Heinz gehofft hatte, vor seiner Frau gehen zu können. Wenn ich mal im Himmel bin, schicke ich dir ein Licht, das auch dir verspricht, dass unsere große Liebe auf Erden wie im Himmel ewig weit erlebt. Singen er und Bruder Bernd, 73, darin. Doch nun ist Doris vorausgegangen, und ihr Licht der Liebe fällt vom Himmel auf Karl-Heinz herab.